Hallo und willkommen zurück zu Conan Exiles. So, wie gesagt, gleich die Anschlussfolge von vorgestern passiert jetzt gleich. Ich habe nichts verpasst, wir gehen jetzt da rein. Wie gesagt, ich war hier noch nicht, ich weiß nicht, was uns blüht, aber wir werden es vielleicht schon überleben. Ich habe natürlich wieder draußen keine Bettrolle gesetzt. So hätte ich vielleicht noch mal. Das machen wir jetzt noch schnell, weil darin kann ich ja keine sitzen, oder? Das wäre natürlich super nett, aber das geht natürlich nicht. Doch, da könnte ich tatsächlich eine sitzen. Ich weiß auch warum. Nein, das macht man nicht. Ich kann ja überall bauen, habe ich eingeschaut, weil ich näher an der Stadt ein Ding bauen will, sagen wir es. Da braucht es Schmerzens. Zu wenig Platz, naja, so wenig Platz schaut das gar nicht aus. Zu wenig Platz. Da ist er doch gleich drinnen auf das Zug wieder. Ah, da passt es. Wer? Wo? Und vor allem warum? Warum greifst du mich nicht an? Warum greifen meine Leute nicht an? Das könnte jetzt im Dungeon echt ein bisschen blöd werden. Ich dachte, ich hätte alle Fehler beseitigt. Kruziwuzi. Nein, das werden wir jetzt gleich sehen mit dem Boss. Das werden wir jetzt gleich sehen mit dem Boss, ob die was tun und ob die Bosse was tun. Ich habe aber nichts verstanden. Nein. Wir spielen nur so voll dran. Sichtweite und blablabla. Die töten so wie immer. Ah. Na ja, wir haben jetzt eine Bettrolle. Schauen wir mal. Da kommen Sie mit, Jungs und Mädels. Und ich hoffe, dass Sie angreift. Habe ich bei euch irgendwas versteht? Nein. Verhalten. Aggressiv. Verhalten. Aggressiv. Gut. So, schauen wir mal, was jetzt da los ist. Irgendwas passiert? Ein Bracelet you wear marks you my enemy. Tor ist zur. Da. Der Kollege möchte mich ärgern. Ja, aber wenigstens hat es zur. Gut, das ist eigentlich schon so ein Motor. Der ist jetzt ja für uns, glaube ich, locker Problem nicht. Unsere Begleiter sind echt schon ziemlich heftig mit den Legendary Waffen. Was ist jetzt? Oh. Mit grünen Strahlen sind wir vielleicht nicht einkommen. Das ist, glaube ich, uncool. Jungs, Mädels, passt auf. Huch. Du ja. Schön stehen bleiben. Weiter nichts. Zu langsam und zu schwerfällig, mein Freund. Zu langsam und zu schwerfällig. Die müssen wir selber kämpfen, lady. I was supposed to be your savior. Ja, und jetzt? Du hast keine Rüstung, ihr Fräulein, he? Du hast doch fast keine Lebenspunkte. Nein, Gott, das ist doch gar kein Gegnern, das ist für unsere Männer, für uns auch nicht. Ha, 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 ha. Ab mit deinem Kopf. Schlüssel, die Maske der Hexenkönigin. Was tut das? Betragene Maske, Zutat, aha. Und Schlüssel. Sorry, naja, präkeln warst du jetzt aber nicht, was du gegeben hast, kannst du alles übergehalten. Ich denke, da gibt es mir einen richtig geilen Loot. Also nichts, was man noch lesen kann, oder? Also der Dschungel Queen war jetzt aber nicht so. Aber gut, was möchtest du ausrichten gegen den Dschungel König, gell? Das war's der Wurm, nochmal eine königliche Rüstung, das war eine königliche Rüstung, nochmal Dieke und Schwert, Lemurianisch, Lemurianisch, das schauen wir uns mal an. Lemurianische Kriegerrüstung und 140, naja, die Maske ist jetzt nicht so der Burner. Königliche Rüstung ist das, was Sia gehabt hat, hat jetzt keine Rüstung an sich, wahrscheinlich bloß die Optik. Die Pike ist uninteressant. Das Lemurianische Schwert wäre vielleicht interessant, 47. Dann kriegen wir da das Exotische. Aber die haben wir ja. Und wir haben die Punkte nicht. Ah, verstehe. Okay. Okay. Gut, Lemurianische Schwert. Sehr schön, sehr schön. Aber eigentlich wollte ich mich da hinsetzen. Aber nein, das geht anscheinend nicht. Oder? Wenn ich auf E drauf bleibe. So. 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 So, die Rotturig, die Märcher. Wo ist denn da die Tür? Jungs, Mädels, wo ist die Tür zu der Putze von der? Also da gibt es ja kein Meck, ne, da drin hat. Wo wohnt dahinter eine gute Frau, ich habe doch da den Schlüssel, oder nicht? Die Schlüssel für die Tür zu Rasmus Quartier, was die Frage war, war die Dame Rasmus? Wahrscheinlich nicht. Zumindest gibt es ja keine Tür, zumindest sehe ich keine. Der Maskenablauf, ob da irgendwo vielleicht ein Schlüsselloch versteckt ist. Na, der Zacramunto wohnt denn die? Und jetzt rasmus wahrscheinlich ein anderer, wo wir noch hinkommen. Da haben wir schon mal einen Schlüssel für die Haustür. Okay, gut, können wir wieder gehen. Da hinten gibt es irgendwo noch einen Obelisken, den holen wir uns auch noch. Oder habe ich den schon geholt? Weiß gar nicht mehr. Der war da rum, oder? Ich glaube, dass der da war. Ja, ich glaube, den haben wir schon. Ja, den habe ich schon geholt. Ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus. Der hat ihn schon geholt. Hm. Dann schauen wir noch mal da runter ins Wasser. Vielleicht ist da noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob er in der großartig irgendwo eine Tür war. Aber keine Kisten. Da können sie sogar schwimmen. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber ich denke, die laufen bloß da. Also, die können ja nicht schwimmen. Die verschwinden halt, wenn man selber schwimmt. Auch da war es jemand da gefunden. Nicht interagieren. Geht's einmal weg jetzt da. Da ist ja gerade interagieren gestanden, oder? Zauberspruch sein. Ach so. Wow. Er hat Zauberspruchseite gefunden. Na ja. Besser als nix. Ein riesiges Geheimnis war das jetzt. Das war das Top-Secret in dem Dungeon. Welcher Dungeon ist jetzt eigentlich das nächste? Also rein folgentechnisch. Ah. Gute Frage, gell? Du weißt es jetzt auch nicht. Schreibt's mir gerne in die Kommentare, welcher Dungeon das nächste ist, wo ich rein muss. Also mit den Begleitern zeig ich keine Probleme nicht. Zumindest jetzt nicht. Seig ich da nicht eine falsche, wahrscheinlich. Wenn wir schon da sind, weiß ich jetzt auch nicht, was da noch wissen ist. Da ist irgendeine Stadt anscheinend. Ein anderer Verruinen, da ist auch noch was. Ich glaube, wir weggehen uns jetzt mal da her. Also da durch die Straße. Gehen wir dann da ab und gehen mal da rein und schauen, was das ist. Was macht man? Auf dem Weg da hin können wir in ein paar Kreaturen flachten. Das ist Stufe 18. Stufe 18. Die kriegen wir auf jeden Fall, bis wir wieder da wem sind. Hanty-Stufe 20. Mein Gott, bin ich froh, wenn das Pferd fertig ist. Ich mag mich jetzt nicht mit dir streiten. Auf dem Weg. Biss das nicht? Es macht so ein Blatt. Sehr gut. Aber im Endeffekt einfach da, geradeaus Oh mein Gott, wieder ein Körperspektive bei Whatsapp Ah, da musst du einfach nur lachen Mit dem Beutel ist ein älterer Herr und ein kleines Kind Sagt der ältere Herr zu dem jüngeren Kind Im Krieg damals habe ich zwölf Leute umgetraut Aber Opa, du warst doch Flugzeugmechaniker Ja, aber kein guter Ich find's lustig Krieg ist die Hölle Aber der Sound ist geil Zumindest den Computer spielen Ja, die Wir haben jetzt auch gleich Endlevel erreicht Level 80 Was sollte uns noch aufhalten? Bei dem Dschungel glaube ich nix, wir sind der König des Dschungels Ja, Pando Panther Ah, Pantherbaby war geil Oh, ich möchte so einen schwarzen Pantherbaby Laufen über Pantherbabys auch rum? Gibt's die? Gibt's Pantherbabys? Bestimmt, oder? Da müssen wir uns jetzt auch mal in die Reihe Da müssen wir uns jetzt auch mal in die Reihe Brauchen wir jetzt nicht Aber Pantherbaby möchte ich noch irgendwo noch Da müssen wir mal eins finden Das wäre schön Das war eigentlich gut da oben Das war eigentlich gut da oben Ja, genau Ja, genau Das müssen wir dann da Ja, dann rechts abgehen Ja, das ist bestimmt da oben, gell Ich bin jetzt auch rund Aber das kriegen wir schon Oh, einen gräner Vogel haben wir auch noch nicht gehabt So einen grauer Vogel haben wir auch noch nicht gehabt Da bin wir jetzt auf die Liste abgehakt Wurde schon mal von uns ermordet Oh, eine Tafel Die Wall ist death Understand, die Wall was built To power the Bracelets To give Sorcerer's power When far from home But your betrayal Forced our hands Now the Wall is a barrier And only those with permission May pass Your kind Do not have permission You are trapped within these lands It was our ultimate defense Against the treachery of your kind Do not go east Okay Zu später waren wir schon Die Dschungel Queen hat schon aufs Maul gekriegt Beziehungsweise war ja die Hexenkönigin So Zenas Kreuzung Zaltars Aha Zaltars Kreuzung So Das ist jetzt doof Gehen wir mir jetzt da rum Wahrscheinlich da drüber Also Sie haben Sie kommen Sie kommen Sie kommen Sie kommen hin zurück Ein Tag zu niedrig Irgendwo gibt es eine Kraxel-Herausforderung, also eine Kletter-Herausforderung, da steht irgendwo nach oben und von dem kann man dann lernen, und zwar Werkstein. Mal schauen wo der ist, wenn wir informieren, dann besuchen wir den auch. Besuchen möchte ich mal das Ding da. Kreuzung des Büsers, möchte ich jetzt auch nicht da befallen. Sind wir überhaupt hier? Das ist die andere Frage. Da sind wir eigentlich gar nicht hier. Ich kraxel jetzt wieder da rum, wo ich gar nicht hin soll. Egal, wir schauen da rein. Wie gesagt, wir sind der König des Dschungels, was soll uns fallen. Also werden wir irgendwo abfallen und sterben. Petroli haben wir noch. Da, haben wir gesehen, wenn wir noch einen Punkt kriegen, sind wir auch wieder aufgeschrieben im Level 79. Eine dekorative Kriegsbemalung. Ich stelle dir nicht dabei, was die Rüstungen bringen. 50. Aber das kann man irgendwo lernen, glaube ich. Tische, Waffen. Eckzeuge haben wir da alles. Ingenieur brauchen wir, sonst können wir den Katapult nicht bauen. Belagerungskessel. Das brauche ich jetzt eher nicht persönlich gesehen. So müssen wir uns von jedem Baustil separate Zinnen erforschen. Dann brauchen wir wieder die Räume durch den blöden Kessel. Dann sind die Uli freigeschalten. Aha, okay. Gut. Jetzt aber dann gibt es jetzt derweil nichts. Freibold der Rüstung. Zeremonischer Dieb, episch. Das schaut ja geil aus. Ziedler Weste. Vanier Krieger, episch. Das ist das, was wir vorhin gekommen haben. Vanier Fell, episch. Weil es macht auch nicht mehr Kälteresistenz. Das gefällt mir nicht. Schamane macht auch nicht mehr Kälteresistenz. Auch nicht, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Da gibt es doch irgendeine Masken, die Hellen macht. Wo finden wir denn die? Also die, was bei dunklen Leuten zu tragen ist. Dass man mehr sieht. Das wäre natürlich praktisch fürs Let's Play. Mal schauen, wo ich die finde. Na gut, dann nehmen wir uns die Punkte mal auf. Vielleicht brauchen wir die noch. So. So. Samma dauern. Was ist dauern? Wo ist ein Gebäude? Wo ist ein Panta? Wo ist ein Panta? Wo ist er? Was ist das? schwarze Hand. Da zackt er einen Menschen. Achso, da sind aber keine Freunde. Okay. Nordheimer Krieger. Au! Seltsame Gewürze. Stiefel der schwarzen Hand. Eisenbahn. Hallo? Jemand zu Hause? Pferdkugel? Sind wir auch mit? Entschuldigung, wir sind hier neu. Zauberer Stufe 3. Aber die bisher zwangstretten, bringt mir auch nichts. Da haben wir da wieder eine Fliege geschlagen. Das ist gut. Und Bruchrolle. Die können wir, glaube ich, lernen, oder? Nutzen. Du hast dieses Wissen bereits. Aha. Ja, gut. Jetzt können wir natürlich schon wieder. Wüstungsmauer. Jetzt sind wir da. Da bist du. Koch. Ja, Koch Stufe 1 und so. Zeig, das ist ja nichts, was uns auch folgen kann. Das brauchen wir nicht. Eisenbahn nehmen wir mit. So wie immer. Oh, Silber. Nehmen wir auch mit. Aber Münzen. Brauch. Schau mal her. Schaut mir nicht ins Maul. Wer schießt da mit so einem lumpigen Bogen auf mich? Servus. Ahoy there. Ahoy there. Ahoy there. Da haben wir schon einen fertigen Panther-Kopf. Ist der da sprudelt, der ist das Wissen gerade so raus. Wird schon wieder fünster. Kommt sich fix. Unser letzter Punkt. So wie immer. Den hätte ich verbracht. Einen ATV-Punkt haben wir nicht verbracht. Kompetenz ist das mit Ausdauer, oder? Na, Maximalgewicht. Stehvermögen ist Ausdauer. Wir sind jetzt kaputt. Boah, ist das fünster wie ein Bärenarsche. Fünster wie ein Bärenpopo. Oh, da steht ein Träger. Blauer Schleim, oder was ist das? Ein Name-Träger. Jetzt habe ich eine Stunde drum gelesen. Ja, scheiße. Aber den jetzt bis vorne schleppen, das ist ja auch ein Irrsinn. Da bringe ich sowieso nicht mit. Jetzt hält er die Kippen gar nicht raus. Gut, ich kann unterwegs die anderen fesseln. Und das. Die kann man unterwegs bauen. Knüppler wieder bei, oder? Ja, Knüppler wieder bei. Zum Farmen wäre der echt gut. Halt, halt, halt. Ah, wieder vergessen. Da ist er eng umgeschalt. Jetzt habt ihr es den guten Typen übernaufgeschlagen. Meine Herren. Na ja. Wir wissen ja, wo der auftaucht. Ein bisschen blauen Schleim mitnehmen. Der ist... Gell? Ja. Ja, mit ihm hast du nicht rechnen, gell? Ja. Arsch. Ja, ich kann es auch nicht glauben. Ja, ja. Da schaust du ein bisschen blöd, gell? Ja. So, was sagt mir eigentlich der Tacho? Jetzt sind wir 20 Minuten schon wieder. Meieieiei. Da haben wir ja sauber gezogen. Gut. Ich werde jetzt mal dahinter wandern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mehr auf jeden Fall in der nächsten Runde. Wenn ihr mir Kommentare da lasst und ein Like wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und für ein Abo natürlich auch. Und empfiehlt es uns gerne, Enkere Freundweiler, dass wir wachsen. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Servus. …